Das war halt. Ähm... Oh ne Moment, das ist das nicht Adria? Ja. Fuck. Vielleicht müssen wir die sogar töten, ne müssen wir nicht mehr töten. Das ist nicht mehr notwendig. Das ist ohne. Ich kann aber nicht mehr wegporten. Hm? Ja, die macht nicht so eine... Ne, aber meine Mutter ist wie die Stasi, die fragst du denn nicht so... Na, was ist mit Robert? Kannst du mir mal über Robert erzählen? Was ist mit Karl? Was ist mit Leon? What the fuck, Alter? Ja. Also bei mir... Ah, oh mein Gott, du hast gestorben, Alter! Was war das denn? Also bei mir kann ich ja vielleicht noch ein bisschen verstehen, aber Karl und Leon? Ja. Okay. Was ist denn mit Karl? Wie geht's denn Karl? Wo ist denn Karl? Hauptsache, halt weg. Oh, hier oben ist noch ne große Truhe. Lüge. Doch, hier ist eine. Und das weißt du ganz genau, dass das ne Lüge ist. Du willst mich hier nur wieder... ...wie der größte Depp aussehen lassen... ...und deswegen komm ich trotzdem zurück. Ich muss zurück hier. Oh mein Gott! Du Huresohn! Hier ist ne Truhe, sagst du da? Hätt ich mir jetzt keine neue Dose aufgemacht und die noch ran voll wäre, hätte ich jetzt auf einem Tisch zerbrochen. temperament die Dose mit dem Dose.... yoursesterbi ... Untertitelung des ZDF, 2020